Untertitelung des ZDF für funk, 2017 gefärbt und versteckt sind und manchen Hasen noch ganz schön ins Schwitze. Gefärbte Eier gibt es bei uns allerdings schon jetzt. Besonders farbenfroh aus Schweizer Bodenhaltung oder ein kleines Diskretter von GoB Naturaplan. Hoppla, dem haben wir es aber gezeigt. Am günstigsten zum Eierdeutschen kommen die Inhaberinnen und Inhaber von einer GoB Profit Karte. Eine 9er Packung Schweizer Ostereier assortiert gibt es nämlich jetzt für 3,80. Nur selber färben kostet noch weniger. Wer die Osterhasen ein bisschen entlasten will, findet bei uns auch weisse Eier und alles, was es braucht, um selber färben. Beachten Sie einfach die aktuellen Angebote. Feine Rezepte aus dem GoB Ostermagazin, ausgesucht und zusammengestellt vom Armin Amrain, haben wir Ihnen in den letzten 14 Tagen vorstellen. Vielleicht konnten Sie es ein oder andere ausprobieren. Nach den Spargelterrinen und dem Safran Picata wäre heute also ein weiteres Hauptgericht an der Reihe, Armin. Richtig, und zwar in Form eines Lammnierstöck mit Rucola Krosten. Grüezi miteinander. Ein Vorschlag, den wir uns natürlich nicht wollen lassen, entgegen. Bitte, Armin. Die Hälfte des Rucola und Toastbrot ohne Rinde zusammenmixen. Den Rest des Rucola, schaumigen Anken, Eigelb, Knoblauch, Olivenöl und wenig weissen Wermuten zumischen und mit Salz und Pfeffer abschmücken. Das Lammnierstöck nach Wunsch braten, dann mit Tischosänfe überpinseln und die Rucola-Massen auftragen. Jetzt im Ofen bei starker Oberhitze gratinieren, bis die Krusten eine schöne goldgelbe Farbe haben. Bis soweit ist, Schalotte und Knoblauch im Anken anzudünsten, mit Brotensauce ablöschen, ein Timian-Zweigchen dazugeben, abschmücken, passieren und ein paar Butterflöckchen einrühren. Dann die Sauce auf den Teller verteilen, das Fleisch drauf anrichten und mit Brothertöpfel und Frühlingsgemüse servieren. Danke, Armin. Am nächsten Mittwoch gibt es dann noch ein Dessert. Jawohl, ein Quarkgratin mit Erdbeeren, Rhabarberen und Vanillelassé. Zuerst jetzt aber noch ein anderes Thema. Die Ostern ist ja dieses Jahr ziemlich spät dran. Und auch im Garten wird es jetzt höchste Zeit, wenn man im Sommer dann eigenes Gemüse ernten oder Blumen schneiden will. Wer allerdings meint, dass es zum Erfolg eine Menge Chemie- und Spezialdünger braucht, sollte sich im Coop-Bau- und Hobbymarkt an diesem Label vielleicht neu orientieren. Im Coop-Ökoplan-Universal-Dünger sind alle Baustoffe, die Rosen und andere Blumen, Gemüse oder Beere brauchen, in ausgewogener Zusammensetzung enthalten. Dieser Universal-Dünger aus 100% Naturprodukt verbessert zudem Bodenstruktur und ist nicht nur Nahrung für die Gemüsesetzling aus biologischem Anbau, sondern auch für die unentbeerlichen Bodenlebewesen. Wer lieber auf eigenen Kompost setzt, findet bei uns ein Kompostiermittel aus natürlichen Hilfsstoffen. Das Coop-Ökoplan-Kompostiermittel wird nach jeder Schicht Haus- oder Gartenabfall auf dem Komposthaufen verteilt. So wird der Nährwert des Komposts verbessert, es entsteht praktisch kein Geruch und die Zersetzung ist besser. Wegen der Zerstörung der Moorlandschaften lehnen immer mehr Hobbygärtner den Einsatz von Dorf in ihren Gärten ab. Der Coop-Ökoplan-Torfersatz aus Chinaschilf ist ideal zum Lüften und Lockern vom Boden. Und das Abdeckmaterial, auch ein reines Naturprodukt, unterdruckt das Wachstum vom U-Kraut, sorgt für eine gleichmässige Bodentemperatur und hält die Feuchtigkeit im Boden zurück. Zum Schluss jetzt noch dieser Hinweis. Zum richtigen Düngen, aber nicht überdüngen, sollte man den Gartenboden kennen. Wir empfehlen Ihnen darum eine Bodenprobe-Analyse. Das entsprechende Zubehör und Untersuchung kommen Sie in allen Coop-, Bau- und Hobbymärkten für 32 Franken über. Ein Betrag, der schon bald wieder eingespart ist. Um das Sparen geht es jetzt auch im letzten Beitrag bei den Aktionen dieser Woche. Ein Kilo Bire, Burr-Bosk aus Südafrika, kostet 2,30. Und KitKat, 6 Stück, kommen Sie über für 3,90. Mit der Go-Profit-Karte gibt es, wie schon erwähnt, Osterei rund 40% günstiger, denn Sie wissen ja, Go-Profit Plus vorzeigen, sofort profitieren. Wenn Sie noch ein Geschenk für Toasteren suchen oder sich selber eine Freude machen wollen, dann offeriert Ihnen die Import-Parfümerie zum Beispiel L'Encant Poème Eau de Parfum für 62,90. Also 10 Franken günstiger. Oder Klein Eternity for Men Eau de Toilette für 67,90. Sie sparen sogar 12 Franken. In Ihrer Import-Parfümerie hat es noch mehr tolle Artikel im Angebot, aber nur, solange es noch hat, gehen Sie also möglichst schnell vorbei. Mit diesen Hinweisen bin ich am Schluss für heute. Danke, dass Sie Zeit hatten. Auf Wiedersehen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017